So Leute, willkommen zurück zu Bomber Crew. Meine Codierung spinnt schon wieder, ich kriege einen Rappel. So, jetzt kommt es wieder. Wir haben einfache Mission. Wir müssen uns langsam hocharbeiten. Fahrwerk einfallen. Ich vergesse das Fahrwerk jedes Mal. Warum? Spitfires, das bräuchte ich nur dringend. Wirklich dringend. Weil die zerschießen uns hier alles. Vor allem diese Fliegerasse. Und das nervt. Wenn wir eins wieder von denen rausnehmen können. Am besten einfach Bruno Brenner. Oder Marvin, äh Merrick Jäger. Weil, wir haben uns das mal schon wieder unsere halbe Crew gekostet. Es nervt. Es nervt halt einfach. Weil wir, 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 äh, erarbeiten uns diese Crew gerade wieder. Mühsam. Rauf. Und da kommt so ein Flieger aus und ballert uns zu Klump. Und das halt einfach so. Äh. So. 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 So, passt doch. Was wir halt auch brauchen, ist wieder mehr Medi-Kids. Das habe ich wieder vergessen. Ah, ich vergesse jetzt, dass dieser blöde Bomber zurückgesetzt wird. Muss ich mir echt mal merken jetzt. Langsam. Aber Zeit. Ah, der Flak. Gehen wir auf mittlerer Höhe. Dann trotzdem Flak ausweichen. Und das ist ja noch mal was. Oder was wollen wir eigentlich mal? Fabrik zerstören. Das war eine Einfung bis zu. Ja, genau. Ja, seht ihr, was die allein schon für den Schaden wieder machen hier? Soll ich jetzt mal Fokus machen? So. Geht ja noch nicht. Kann ich ja noch alles nix. Ah, schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, 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 schlimm hier. Fahrrad-Munition. Witschie, es ist schon kalt auf mittlerer Höhe. Ei, ei, ei. Na, Alter. Draulüx-System. Mach doch schlapp, ey, Alter. Ich krieg hier kurz mit diesem blöden Draulüx-System. Das muss ich echt upgraden. Weil das ist gerade halt wirklich sehr, 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 sehr schlimm. Das. Weil da kann ich schießen. Das kann mal Fleming gerade reparieren. Du könnt mal nachladen. So. Ah, das ist doch nervtötend. Das ist doch nervtötend. So. Jetzt kann ich es mal hier noch. Okay. Ja, gleich. Zack. Klappen zu. Dann. Hoch. Automatisch markieren. Und umgedreht. Gehen auf mittlere Höhe. Nachladen. Ich will nicht wissen, wie langsam meine Kollegen hier so sind. Die kriegen zwar weniger Damage. Ah, scheiße. Äh, 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 fuck. Das war meine eigene Schuld. Das war meine eigene Schuld. Wir waren im roten Bereich. Scheiße. Ich seh. Äh. 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 Das war meine eigene Schuld. Ich seh mich grad schon. Äh. 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 Byron ist zurück. Aber da haben wir uns gefallen. Ihr habt mich doch wohl verarschen. Ein 20 mm im MK3-Kanonenturm. Das ist schön. Ach. Leute, wir sehen uns wieder, wenn ich ne neue Crew zusammengestellt hab. So, Leute. Einfache Mission. Da hat ne neue Crew. Ich hab wieder noch ein Medikit. Alter. Oh, dieses Spiel machen wir fertig. Das macht mich dann wirklich fertig. Ah. Äh. Äh. Einfahren. Sag, was ist da los? Ach, Mann, das Scheißteil. Ja. Das ist doch alles nervt heute gerade. Ach, Mann. Ich, ich, aber ich beende dieses Spiel. Ich beende dieses Spiel. Und es flot auch noch dann, wenn Hogwarts Legacy rauskommt. Ich beende dieses Spiel. Und wenn dann danach. Wenn schon nicht währenddessen, dann danach. Definitiv. Ah. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Niedriga, ja, ich weiß. Ich kann mich schon mal bereit machen. Ansonsten wäre ja hier die Bombenklappen zu öffnen. Da haben wir ihn doch. Ach, jo. Gebet für den Fein säubern. Wollen wir noch mal. Da. Zack. Zack. Da sind nur drei Stück. So. So. Hier. Hier bist du nicht drin. Heimsschaden, die schon wieder machen. Das ist halt echt nicht mehr schön. wirklich, 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 wirklich nicht mehr schön. Fokus. Fokus. Habt ja noch nichts. Ah. Gut, das läuft. Wenn die sich mal eingeschossen haben, alle. Ein Traum. Einfach nur ein Traum. Okay. Ich hab'n was gesehen. Da. Der Korkenzieher, äh. Der Korkenzieher hat uns eben das Genick gebrochen. Das war scheiße. Weil das hätte nicht passieren dürfen. Hätte ich den nicht gemacht, dann wär's anders da gekommen. Wir waren doch zu niedrig von diesem Sturzflug. Und dann halt diese, äh, Korkenzieher. Daher das, äh, nee. Daher das, äh, nee. Mama ist jetzt bald. Bitte reparieren. Nachladen. Ich weiß, es ist kein Strom. Das macht aber gerade nichts. So. Kommt noch was. Wenn nicht. Wenn nichts mehr das anders kommt, Leute, dann sehen wir uns. Äh, gleich wieder. Auf dem Stützpunkt. Obwohl. Kommt noch irgendwas. Wenn man da nicht hin und, und und machen. Ach, keine Ahnung. Leute, wir sehen uns gleich auf dem Stützpunkt wieder. Bis dahin. Ja, ciao. So. Und zurück im Stützpunkt. Geld, 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 Geld. 2000 bekommen. Naja. Naja. Ganz knapp kratzen wir am Dings. Am, äh, am Spitfires. Weil das ist... Ah. So. Was hätte ich gern für mein Flugzeug. Am besten irgendwas wieder mit Munitionszuführung. Ansonsten. Tut's halt weh. Ich glaube, mit einem besseren Fl... Äh, äh, äh. Du brauchst das Ding da ranklatschen, aber ne. Hab ich nicht genug. 6000 kostet der Scheiß. Das könnte ich mir entlasten. Nichts. Das hier. Aber ne. Äh, äh. Leute. Ich würd sagen... Ich kann mir nicht mal Raketen leisten. Schlimm. Löschsystem. Ne. Also auch. Bräuchten wir eigentlich auch, aber... Ah. Haut... Hautraulik. Hydraulik. Erstmal jetzt, dann Mission. Gucken. Gibt's denn so. Es gibt ja noch einfache. Ich hangel mich jetzt wirklich an der einfachen Mission entlang. Es ist mir egal. Weil... Mir ballern... Alle anderen Missionen brechen. Das ist gelick aktuell. Und das ist schlimm. Weil... Ich kann nix anderes mehr machen. Und das kann halt so nicht angehen. Das kann halt nicht angehen. So. Ich bräuchte halt, wie gesagt, auch einen Turm zumindestens, der erstmal Munitionsdings ist. Am besten der hier oben, weil der kann alles schon auf alles ballern. Und dann ja. Aber so... Schwierig. Aber nur schwierig, weil... Ja. Keine Ahnung. Munitionslager zerstören. Na. Na. Okay. Södle. Aua Oh, ich sag euch, ne Wehe, irgendwann ballert man so ein Flakfeuer In unseren, äh, in unserem Bombenschacht Und dann explodiert hier alles Dann krieg ich sowas von Rappel Was habt ihr denn da nicht erlebt? Ah, scheiß Wir haben ja noch ein Foto Das kann ich mir jetzt gerade noch so leisten Ah Noch haben wir Zeit Noch kannst du nochmal hoch Und mitballern Aber dann gleich Ah Noch ein Foto Ey, ey, ey Gefördert Äh, Foto Jetzt nicht Wegdings, warum bist du nicht im unteren Geschützturm Ah, wo, da Ah, wo, da Ah, unser Ingenieur ist tot, fuck Und wir haben nur einen Medikit Äh Ne, er ist gar nicht tot Was rede ich hier? Er muss nur noch geheilt werden Er war knapp Er war doch tot Er war doch tot Oh, da, 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 da Hä Habe ich jetzt gerade eben Habe ich gerade etwas Falsches gesehen, Leute? Ja So, komm Okay, reicht Okay Nachladen Und Und zur Brand-Munition Steckt sie in Brand So So Alright Sollte jetzt nichts mehr passieren, Leute Ich melde mich dann gleich wieder aus dem Hauptquartier zurück Bis dahin sage ich schon mal Ciao Oh So Gelandet Gelandet Okay Zwölf Fotos gemacht Wann die Schaden resistiert, das ist schon mal gut Das heißt, ich meine nicht mehr so viel Schaden Wir haben Spitfires Oh, Gott sei Dank So An der Stelle, Leute Wir haben 13.000 Was machen wir mal? Ich wäre dafür Unser Flugzeug zu Panzern Noch und Löcher Wieviel würde denn so Sag mal Bug 3.000 kosten Das heißt Kostet alles 3.000 3.400, ja Mitte Gepanzert Hauptdeck Gepanzert Bug Gepanzert So Heck Reicht nicht mehr Äh Mh Ja Mh 2000 Was haben wir noch da? Was können wir uns dafür noch leisten? Motor durchs System Oder, nee, halt, warte Unsere Taube Wir brauchen den Namen für den Tauben Äh, für die Taube, Leute Die hat uns letztes Mal das Leben gerettet Mit der ist fast unsere gesamte Crew wiedergekommen Wir verdanken dieser Taube und unser Leben Deswegen Schreibt den Namen für die Taube in die Kommentare Oder Namen So Geschütze Da geht glaube ich nichts mehr, ne? Ne Ne, 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 kostet allzu viel Okay, Leute Ich würde sagen An der Stelle Äh, was hat man jetzt für mich so vielleicht eine mittlere? Mittlere geht es dann wieder auch Feindliches Ass Äh, ich hab Angst Ich will nicht Leute Wir sind in der nächsten Folge wieder Bis dahin Ich bedanke mich fürs Zusehen Lasst einen Daumen da rum, damit das ganze gefallen hat Äh, ja Abonnieren und Glocken aktivieren nicht vergessen Ich kann es immer wieder sagen Unterstützt mich sehr, sehr Äh, stark mit jedem Abo Äh, immer noch aktuelles Ziel dieses Jahr Zum einen Tausend Abonnenten zu erreichen Ähm Um dann in die YouTube Partnerprogramm aufgenommen zu werden Äh, ist natürlich nicht mein Hauptziel Ich mach dieses ganze auch nur Hier, weil es mir Spaß macht Wenn es mir keinen Spaß machen würde Würde, würde ich das ganze gar nicht machen Ne, also Nur mal so gesagt Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin, ciao Bis dahin, ciao Bis dahin, ciao